also das ist es das schicksal ruft ich klinge es liegt nur an dir ein rennen steht zwischen dir und dem zweiten platz bei den 510s los geht's halli hallo es geht direkt weiter hier ins final rennen vielleicht ich weiß es nicht so genau auf jeden fall 1 der ausschlaggebend ist es geht um den zweiten platz bei den 510s in der krankfolge und wir werden jetzt mal ein bisschen gas geben gestern sind wir am letzten checkpoint gescheitert und da wurden wir sowas von haben wir so miserabel verloren 90 prozent der strecke dominiert oder am ende richtig hart niedergemacht worden richtig traurig aber ich wusste irgendwo musste ich dann ein crash bauen das ist völlig verhauen aber diesmal machen wir es besser hoffentlich natürlich Wenn die einmal aufdrehen, die Gegner sind die eh wieder direkt neben mir. Ich weiß zwar nicht wie sie das machen, aber Wechselreihe könnte ein Grund sein, weswegen sie mich immer so gut einholen können. Oder weil ich gegen andere Autos fahre. Frontal. Oder weil ich in diesen Kurven hier vollkommen versage. Das könnte auch einer der Gründe sein. Nein, nein, nein. Mach nicht sowas, mach nicht sowas, mach nicht sowas. Wir nutzen die Umgebung einfach. Zu unserem Vorteil. Ich hasse diese Kurven. Auf Kurve, auf Kurve, auf Kurve, auf Kurve. Oh, guck mal da. Hintergrund. Eine Fähre. Oder ein Kreuzfahrtschiff. Ich konnte es nicht genauer kennen. Sagen wir einfach ein Boot. Es war ein Boot. Und durch die Kurve. Durch den Checkpoint. Jetzt kommen wir wieder gegen Ende. Jetzt werden die Gegner wieder aufdringlicher. Aus unerklärlichen Gründen können die nämlich jetzt 300 kmh fahren. Und einfach in zwei Sekunden. Wir haben eine pornös kranke Beschleunigung drauf. Nein, 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 nein. Guck, da sind sie wieder. Echt ein richtiger Kampf hier gegen... Nein, 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 nein. Ja, ja, aber lieber jetzt als gleich kurz vor Ende. Das gibt's doch nicht. Ich bemühe mich. Zu sehr abgelenkt worden. Ich hab zu lange auf die Karte unten geguckt. Scheiße. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, gerade so. Da war, glaube ich, direkt hinter mir ein... Boah, scheiße. Puh. Ja, hupp, 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 mich auch. Und? Oh, Gold sogar. Heftiges Rennen. Ab in zwei Kuh mit dem Ding. Oh Gott. 615 Punkte hatten uns noch gefehlt, so Platin. Krass. Hab nie gedacht, dass wir das so gut abschneiden. Boah. Ohohoho, Mann, habt ihr die Scheiße gesehen? Wir haben einen Sieger. Das Schicksal hat gewählt. Einmal zur Partymeile. Sofort für die offizielle Vorstellung. Es ist soweit. Du triffst Schiff persönlich. Ich frage ein letztes Mal. Bist du dir wirklich sicher? Ich war mir im ganzen Leben noch nie sicherer. Ernsthaft? Wo ist denn die Partymeile? Oh, wieder ein anderes Auto? Okay. Aftanz! Ich weiß doch, ihr wollt ihn auch alle kennenlernen, meinen neuen Lieutenant. Okay, los, kommt! Alle Mann fahren zum Festplatz! Fahren wir zum Festplatz, oder wie? Schiff, leicht. Mit unserem Performance-Schlitten. Oh, ich glaube, das ist ja mit der schlechtesten Wertung von allen Wagen, die ich noch habe. Ist das die Partymeile? Ah, du bist es also, ja? Hast Eric im Osten geholfen? Cam im Süden verschwinden lassen? Hast die Cops in den Mountain States ausgetrickst? Kein schlechter Lebenslauf. Danke. Ein bisschen zu gut vielleicht. Tja, Troy hat mich gerade aus dem Knast angerufen und gesagt, nun, du steckst mit den FBI-Boys, die ihn eingebuchtet haben, unter einer Decke. Ich sag nicht, dass du ein Spitzel bist, weißt du? Aber ein Mann in meiner Position kann so ein Risiko einfach nicht eingehen. Also, ich hab ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Jeder pfeift Hand in den Staaten will dein Blut. Schade, dass wir uns nie mehr sehen. Hau besser ab! Na, super. Zoe, meine Tarnung ist im Eimer und ich habe die ganze Westküste am Arsch. Verdammt, bleib am Leben, Alex. Wir holen ein Schiff. Ja, war ja klar, dass es nicht so einfach geht. mit dieser scheiß Helikopter. Ist das nicht vor uns der Tunnel? Ja. Auf dem Flieger loswerden. Ja, sieht gut aus. Boah, ist weggekommen. Klasse. Schneller als gedacht. Könnte noch schneller gehen. Alles klar. Danke für den Hinweis. Oh, 313. Er hat nur zu Gold gefehlt. Okay. Du glaubst, du bist raus, hä? Das ist erst der Anfang. Mir egal, ob ich das ganze Land niederbrennen muss, um dich zu kriegen. Aber das Wochenende erlebst du nicht. Hahaha, du bist tot! Ja, und nun, wie sieht der Plan aus? Verbringen wir insgesamt 24 Stunden im Spiel. Was macht denn der Bus hier? Alex, wo bist du? Was hast du vor? Schiff. Ich werde ihn töten. Für Dayton. Für Daria. Aber was ist mit dir? Ich kann ihn für immer einlochen. Willst du dafür dein Leben wirklich aufgeben? Ich muss es tun, Roxanne. Nein, musst du nicht, du Volldepp. Okay, mit dem Auto kommen wir hier nicht sonderlich gut voran. Nehmen wir den etwas größeren. Können wir auch eine Abkürzung nehmen. Okay. Ja, lief nicht sonderlich besser jetzt. Oh, was sind wir denn hier? Griff ist Park. Leicht. We ate. Okay, los geht's. Hören wir uns das größte Tattoo. Wir sind die Abkürzung.